So, jetzt sollten Sie noch ein bisschen mehr von der Schule gehen, als du an die Aula. Wenn es gut geht, kriege ich ja mehr Stimmen als alle anderen sechs zusammengenommen. Nur dann hat man die Mehrheit schon am kommenden Sonntag. Das wünsche ich mir sehr, keine Frage. Wir sind in unruhigen, stürmischen Zeiten. Wir müssten uns voll auf die Beherrschung der Probleme konzentrieren, die vor uns stehen. Aber wenn mir der Wunsch nicht erfüllt wird, dann gewinne ich eben vier Wochen später. Ich möchte es nicht. Ich möchte diesen Sonntag gewinnen. Alexander Van der Bellen hat tatsächlich alle Trümpfe in der Hand. Die Umfragen sprechen von 56 bis 59 Prozent. Auch wenn jetzt Van der Bellen nur 53 oder 54 Prozent machen würde, wäre es trotzdem keine Stichwahl. Also die Chancen, dass es eine Stichwahl gibt, stehen 1 zu 10. Er verweigert sich und verschanzt sich hinter dem, was er als die Würde des Amtes bezeichnet. Ja, wie kommt er sich denn vor? Ist er schon Ersatzkaiser ganz geworden, dass er sich nicht mehr mit den Menschen, mit politischen Mitbewerbern zu diskutieren traut? Die Freiheitliche Partei nimmt die Wahl für sich ernst. Das heißt, es ist schon klar, dass es sich wahrscheinlich für den Bundespräsidenten nicht ausgeht. Aber man kann die eigenen Themen propagieren. Man bindet auch weiterhin die Wähler und Wählerinnen an sich. Und ganz, ganz wichtig ist für die Freiheitliche Partei, dass Walter Rosenkranz zumindest doch Zweiter wird. Wenn das nicht eintritt, dann hat auch Herbert Kickl Erklärungsbedarf, weil dann ist es offensichtlich so, dass die Freiheitliche Partei ihre Mobilisierungskraft nicht nützen kann. Wer hat ein Bier bestellt, bitte? Guten Morgen, bitte Hans. Danke schön. Was trägt man? Also grundsätzlich ist es mal so, dass dieser Wahlkampf ja von den multiplen Krisen, Ukraine-Krise, Teuerungskrise, Energiekrise, Klimakrise ganz, ganz stark überlagert war. Was wiederum auf Van der Bellen ein bisschen in die Karten gespielt hat, weil er natürlich sagen kann, in stürmischen Zeiten ein Stabilitätsanker zu sein. Die Gegenkandidaten haben versucht, auch ein bisschen an der Corona-Krise anzudocken. Das heißt, wie Rosenkranz sagt, wir holen uns unsere Freiheit zurück. Oder wie auch Groß und auch Valentin sagt, dass der Staat einfach zu stark eingegriffen hat. Aber in Wirklichkeit hat es in Österreich keinen echten Wahlkampf gegeben. Es war eher ein Wahlgepränkel.